hallo ihr lieben der rizzo hat wieder was im türchen für euch heute und zwar schaut mal hier der schinken muss leider nicht werden für euch weil den gab es ja schon von max ich habe was anderes für euch schaut mal hier hier gibt es ein schönes sizilianisches olivenöl erste pressung vom alessio die möchte ich euch gern zukommen lassen und dann habt ihr wirklich die schönen italienischen momente für eine antipasti oder für eine pasta oder wie auch immer wo die verwenden könnt ihr so lieben oder am besten jeden morgen einen löffel ihr lieben ich wünsche euch eine schöne weihnachtszeit macht's gut und wir sehen uns ciao